hallo und herzlich willkommen zurück hier bei south park die rektakuläre zerreißprobe mit dem ralf und der letzten folge sind wieder haupt story weiter gefolgt es wurde nacht wir haben toolset oder den gefallen den toolset uns angeboten hat eingefordert konnten die lava hier bei dem user beseitigen sind aber hier in captain professor chaos falle getappt vermutlich die falle die nach hinten losging weil die sicher tun uns ja nichts die hauen sogar vor uns ab aber wir gehen jetzt einfach mal weiter würde ich sagen oh halt denn was machst du da ok cool einfach mal abhängen was alter mehr diabetes ich brauche dich und deinen rage rückkehrern dann zeit kurz Ja, natürlich, war ja voll easy. Okay, da vorne geht's rein. Aber nicht für mich. Ach komm, Manu. Gut, doch jetzt looten. Dachtet ihr wirklich, ich hätte keinen Plan B? Bist ihr euch klar, wie viel er Lakaim mal mit 20.000 Dollar kaufen kann? Ach, das geht nach Hause. Wir suchen nur eine verspundene Katze. Das könnte euch so passen, Kuhn-Friends. Butters, wenn dir jemand Geld gegeben hat, spielt das rechtmäßig unserem Franchise zu. Und allen. Oh nein, weißt du? Mehr Geld heißt, mehr Lakaim. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Fuck. Okay. Ja, aber ich bin eigentlich mit, oder? Nehme ich da lieber Diabetes noch mit rein? Na, Toolshit an sich ist kein Tank. Den mit rein. Der muss einfach rein. Oder nehme ich Jimmy mit? So, Jimmy kommt mit seinen, mit seiner Y-Fähigkeit auch relativ gut an Gegner rennen, die wir ja vielleicht nicht rennen kommen. Oder nehmen wir Moskito. Okay, Jimmy kann uns heilen. So, machen wir das. Wer der Verwirrungsstand hält wird, einfach noch mehr verwirrt. Es ist Zeit für Zerstörung. So. Dann schauen wir mal. Das tut euch schon richtig Schaden machen. Euch aber auch. Aber die ist selbe. Brems! Oh, der Hund ist schon mal down. Bam! Hey, nicht dieses zu werfen. Was packst du, Wunder? Toolshit gegen Chaos, Lakaien. Kämpf! Jawoll. Brems! Auf sie, Lakaien! Los geht's, Neuer! Ja, ihr werdet euch mal geschockt. Aureinne! Das hat man von zweiklassigen Lakaien. Jetzt, meine Lieben! Ja. Entropie! Boah, der schmeißt mit Lava! Auf die Kuhn, Freunde, Lakaien! Kuhn and Friends, verdammt, Butters! Ich bin Blitzfreak. Verwirrer der Chaos, Lakaien! Hau rein! Ach, was! So, mach den Blatt! Das könnte brennen! Ihr könnt nicht alle bezwingen! Und doch, können wir! Halt die andere Arschbacke hin! Ja, Alter! Ich baue euch auseinander! Ja, ich baue euch auseinander! Ja, ich baue euch auseinander! Hm. Na gut, was könnte denn? Feuer frei! Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Du kriegst das hin! Was? Gegen wen? Keiner mit da! Ach, der da! Ups, der da habe ich ganz übersehen! Böse! Kuhn and Friends, wir müssen ihm mal unseren Teamnamen einprügeln. Jetzt ist Kuhn time! Pia, Minos, agachense! Ach, Gott, shit! So, wie viel Leben habt ihr denn alles so? Oh, wer hat ein bisschen mehr? Wir haben alle ein bisschen mehr. Hm. Ich sehe die Ulti noch nicht ein von dem. Ich glaube, das setze ich gleich, wenn Cartman dran ist, die Ulti von ihm ein, weil die trifft alle. Steht aber keiner in der Reihe. Hm. Ja, machen wir mal so. Flug überspringen. Dein Zug gehört jetzt. Meine Lakaien sind toll gut geimpft. Oh. Das machen wir. Ulti los, Cartman. Ne, oder Q. Bums. Nicht hilf zu dem. Chaos oder Tod. Hei, ja. Welche Chaoskräfte kann ich ihr Gerede nicht verstehen? Ihr werdet Chaos nie ganz besiegen. Hm. Könnt ihr den nicht? Oh, nicht? Und die sind schon ganz außen. Beide kriegt, nicht? Muss ich mal den machen. Kleiner Gringo. Blut hört nicht auf. Du bist dran, Neuer. Ja, ich weiß den mal. Verdammt, der hat zum Mindestlohn gearbeitet. Los, Lakaien. Das ist das Ende meiner Feinde. Nimm sie auseinander, Toolchat. Zu viel Sangre. Jawoll. Hau rein. Oh Mann, ihr verliert ja. Ja. Frier erst mal schön. Und verblute. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Echt? Bam, bam. Tot. Wir geben die Lakaien aus. Jetzt wird Chaos geheimwerkert. Laserbohrer. Zack. Wir armseligen Chaos-Wachzeuge. Hab keine Angst vor diesen Super-Pellern. Versau das nicht, Blödsack. Was? Ich doch nicht. Ran. Oh. Au. Ah. Ich muss mich vor den Chaos-Wellen in Acht nehmen. Mist. Da kann ich nicht ran. Okay, dann machen wir mal den hier. Das habe ich gebraucht. Das kommt cool, aber der kann nichts machen. Kommt dann nicht mal hin. Na, gehen wir sie nieder. Okay, ich kann immer noch nichts machen. Wahrscheinlich verreckt der noch von selber vorher. Aber jetzt kann ich was machen. Shocking. Warum's? Oh, 1 Dollar 62. Ein bisschen Material. Und wir sind Level 7 geworden. Jawohl. Das heißt, ich kann gleich ein 80er-Artefakt reinsetzen. So. Schlenderplatz bekommen. Und da oben gibt es nochmal einen kleinen Platz. Okay. Dann machen wir das hier rein. Wir werden immer stärker. Super. So. Kann ich jetzt das hier aufmachen? Ein Laser. Ich hole mir erstmal die Kiste hier oben. Ödlandanzug. Oh, der sieht nice aus. Hat so ein bisschen was von Mad Max. Pause. So. Oh, das ist die Garage von Jimmy. Nicht von Jimmy, von Ned und hier ist der andere Jimbo. Hat hier eine Kiste Dynamit rumliegen? Ich glaube es nicht. Ja, aber gut für uns. So. So, Zeug bekommen. Oh, da können wir drüber fliegen. Aber ich will noch kurz zurück. Ich weiß nicht, ob das schon direkt... Ja, ich kann ja auch doch. Na, hängen geblieben. Nicht hängen geblieben. Äh. Na, ich dachte es mir nämlich, weil das war zu kompliziert für einen einfachen Weg. Es müsste der richtige gewesen sein. So, dann gehen wir da wieder durch. Und dann rufen wir mal den guten Kite. Wir müssen mal wieder fliegen. Dann mal los. Wow, wow. Ha. Ha. Wir haben es geschafft. Ciao, bis dann. Jo, danke. Okay. Klingt mir das? Okay. Oh, die leider wieder oben. Wir sind unten. Oh. Jetzt wird draußen schon, warum wir das brauchen. Jesus, backtracking. Gesichts-Krankheit. What the fuck? Oh. Oh. Super-Krankheit. Super-Krankheit. Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Verbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Hier zum Henker, ist das? Oh, Gott. Ich weiß nicht, was ich mit dem italienischen Restaurant ist. Es gehört zu einem neuen Verbrecher-Syndikat. Oh. Wer zum Henker ist das? Ich habe keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Kunstergramm? Es gibt einen neuen Spieler in der Stadt, der alle Gangster-Familien vereint. Okay, cool. Danke, tschüss. Du meinst so eine Art Oberbauer? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56d an. Und hier. Nimm das. Ruf mich, falls nötig. Ich glaube, du wirst über Hilfe froh sein. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spaß für einen Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scramus finden, okay? Toll. Ja, Gangsterbosserplatten ist ja wirklich belanglos. Wir müssen eine Katze finden. Auf jeden Fall. Okay, da geht es nicht weiter. Ach, du Pisser. Was haben wir hier zum Kaufen? Kessadilla. Bisschen steuch. Aber nichts relevantes. Ui. Was macht denn hier da oben? Wir haben keinen Kompressor. Da vorne hinstellen. Ah, nee. Schöne, stabile Kiste hast du da. Wie komm ich da hoch? Ich will da hoch. Da war noch was. Ah. Gut geschoben, Wunderarsch. Maximale Wiederherstellung. Sehr gut. Hallo? Was ist da oben? Gehen damit. Wir können weitermachen. Gute Arbeit. Clever gelöst. Ach, schade. Ach, schade. O.. Fuck. Was ist das für ein Kaspaar? Nein, Prof. Kaos. Das ist fies. Ihr habt keine Wahl, Kuhn-Freunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Auf den Rotschopf. Er hat ohne Ende Lakaien. Rams. Ist das nicht fair? Doch. Schon fair. An Lakaien zu mir. Ist euer Kee. Das ist nicht fair. Das ist für Scrambles, ihr Bastard. Ich habe noch viel mehr Chaos auf Lager. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Mechalakaien. What the hell? Los, Mechalakaien, vamonos. Lauf halt zur Mama, du Schwachmacht. Nicht quackers, schlacki. Jetzt gibt es noch's im Maul. Jetzt wird der Nagel, ihr Wichser. Hm. Wie? Schraube! 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 Wie? Du musst dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leisten. Nächstens hab ich ne Dad. Verdammt. Genau. Hier ist es jetzt erstmal aus. Ich werde jetzt überspringen. Schraube! Ich schraube! Ich mach den General fertig! So. Zu schnell für dich, was? Jetzt wird's lustig. Zack, zack, zack. Erzähl einfach, du hast dich beim Nainscaping geschnitten. Abraza, mein amigo. Creo que no. Auf ins Gefecht! Ha! Ha! Hast du das gesehen, Meister? Und los geht's! So. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste! Zack! Ich hab A gedrückt gehabt. So. Wurde gar nicht verwendet. Ha! Na gut. Hau mal rein! Bam! Das war jetzt nicht nötig. Doch, doch. Das war voll nötig. Okay. Karamba! Genug! Die Welt wird ein Chaos sein und Lava soll die Erde bedecken. Es ist doch eine Aluhut. Scheiß auf die Lakallen, macht den General fertig! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ich schreib's mir auf die To-Do-Liste. YOLO! Na ja! Du hast uns Lakallen unterschätzt? Juff! Danke, dass du mir die Säge geliehen hast. Wann hab ich das denn? Vor fünf Sekunden. So schnell bin ich. So, dann stirbt der, der andere stirbt auch nachher. Ja! Da schließt nämlich die Lava ab. Ah! Augen zu, Kinder! Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Ja! Kratz, Kratz! Tot! 4,5-Mod. Und noch 843 übrig! Wie schmeckt dir das? Bumms! Auf Sie, Wunderarsch! Ach, der Simun! Natürlich! Ja, dafür setzt das eine Runde aus. gerade ja noch ein fein fällt durch die macht von coolen friends mit jeder runde dringen wir ein bisschen tiefer die europäische in schrift aber das ist nur 60 zu schwach der rothaarigen sinn muss wir angucken wir sind ja auch rothaarig das war's ja hoffentlich wir sollten moment super kräg super kräg hat durch scheiße ohne kompressor krieg ich die laba nicht weg halt durch wir finden was wo wir tun schätze anschließen können wir wissen doch beide dass ich so gut wie tot bin nein super kräg wir werden nicht schrecken mach was cool chef ohne kompressor ist mein sandblaster nutzlos dann holt den vom eingang die toren sind verrammelt schon vergessen ich furze da rein wir alle wussten als wir kuhn freunde wurden dass es mal so enden kann ruhig bleiben super kräg wir holen dich da raus sorry kuhn aber für mich ist die sache wohl gelaufen nein super kräg nein gut du hast deinen kleinen analisten für seinen veraltete sichtweise bestraft und jetzt rennen ruhig nach hause zu einem elternteil deiner wahl klar mein leben zieht an wir vorbei wegen ich bereue leute zu denen ich nichts in etwa und endlich einen scheiß kompressor warum kann ich nur rückwurz laufen warum kann ich nur rückwurz laufen aber ich kann nicht mehr richtig laufen mhm bitte gleich was machst du da bist du irre ist dir klar was für eine furzkraft man dafür bräuchte tja ist denn das macht sein arschloch was ist passiert der neue hat mit dem schlauch im arsch die lava weggefurzt super kräg du hast viel abgekriegt geht ihr ich stabilisiere ihn weiter hey das war echt cool jetzt können wir die lava entfernen wann wir wollen wir sind ein klasse team voll arsch sandblaster komm mit mir wundere arsch oh da ist noch eine mitgegeben general disaster bist du da general disaster sie sind alle verbrannt oder scheiße er wird schon reden entspann dich so tapfer so tapfer das kennt man gar nicht von eric dass er so mitfühlt ist das gibt es gar nicht ich weiß nichts von irgendwelchen katzen stich ihnen mosquito neid ich weiß wirklich nichts nu sistem das sprechen gibt warm mei inner Ja, bist du Sink-Desaster. Wo sind die Katzen? Wir sind ein klasse Team, Vollarsch. Tja. Genau. Und solange Captain-Desaster da unten ein Schild verprügelt wird oder ausgehocht wird vom Mosquito, es sieht lustiger, dass er seinen Schnabel da in seinem Kopf rumtankert, wie so ein Specht. Bam, bam, bam. Aber an dieser Stelle möchte ich die Folge für heute beenden und danke recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch gerne ein Like da und kommentiert in den Kommentaren, wie ihr die Folge so fandet. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr unsere Videos in den sozialen Plattformen teilt, wie Twitter und Facebook. Und falls ihr es noch nicht schon getan habt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen und dann dabei die Notation-Ball aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn wir live gehen. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr live bei uns im Chat mitlabern könnt oder sogar mitspielen könnt, je nachdem, was wir spielen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.